Große Kahn, in der Höcke rechts und hier gleich die erste Straße kommt gerade mein Bundespräsidenten und unter den Begrünen. Die zweite Straße ist die Altonaer Straße, das ist zum Urbane Panserplatz. Da ist die Stadt aus Wiesnisch-Berlin sind, wo ich so weiß, dass die Geschäftsführung ist und das... ...und es gibt Arter, Schöpfer-Torn, in der Art und Weise in Lohrlichstuhl und was die Gare und das Altausweis zu tun ist. Wenn der am Rutschland gerade ausgeht, also die Straße der Gäste hier die Hälfte, dann kommt der zum Ausgang auf Tiergast. Und wenn wir links hängen, also... ...und da, wir kommen also Richtung E-Bahnhof, am Hochbahn 9. Platz. Und wir kommen auf einer Telefonanlage da. Und so wollen wir gleich, wir sind raus, nach oben, am Rutschland-Hausel. Eine Baumallee, eine Menschenallee. Und der Geh mal rein, klar? Vielen Dank. Vielen Dank.